So, ja, da sind wir hier noch im Gefängnis, letztens, ja, war natürlich wieder ein bisschen länger gegangen die Folge, aber ich sehe gerade, gut, wir haben auch zwei HE-Granaten, dann können wir dann noch welche herstellen, äh, zwei, ja, das ist hier vorne, okay, im PL haben wir noch, wir können vier Stück herstellen, dann bauen wir die mal, okay, keine Ahnung, wie weit das hier noch geht, aber, Wanderstiefel, was mag der in den Leben, ich meine, so ein extremer Nahkampf, den ich hier letztens so betreibe, geht natürlich auch nur auf leicht, denke ich mal, in einem etwas schwierigen Modus, muss man da wohl ein bisschen anders vorgehen. Oha! Das Schild ist schon effektiver in den Affen. Das Schild ist schon effektiver in den Affen. Das Schild ist schon effektiver in den Affen. Hör von einem der Schuss. Interessant waren ja die Automatik-Dinger, die waren echt gefährlich. So, da kommen wir so gar nicht hin, ist nur dieser Weg, alles klar. Das ist hier nicht hier runter. Da sind sie da angefangen. Ist hier noch etwas zu verwenden? Da kommen wir in den Leichenraum. Da haben wir noch ein bisschen Feltrit und Kroms. Irgendeine Demolationen locken wir nicht. Sind die Viecher aus der Totenstadt hier, oder was? Wenn Sie das nicht drauf annehmen, was ich dann nicht verlet können und Sieicht, wenn Sie nicht an, kann ich wirklich nicht verletzen, wenn Sie nicht an, von der Schild ist, sind Sie nicht an? Ich denke, wir sind nicht so zählen. Das ist nach... ...ichann die Viecher aus der Totenstadt – Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Ich weiß nicht. Ich muss die Macher kommen und dann kommen die Macher. Ach da. Hä? Was ist das? Das ist mal die Wache, oder? Lass dich nicht still! Hier durch, bevor er wieder zugeht. Wir wollen hier oder wir wollen den Bus weggehen. ich komme hier runter ich will gleich die geräten brechen außerdem muss ich keine kuppels ja doch warst du die ganze zeit doch hier kannst du doch noch ein paar minuten warten ist natürlich in der zelle die nie aufgegangen ist oder ich hatte bestimmt elisabeth geschickt die türsteuerung ist dort an der wand hol mich heraus die steuerung hier ist nix das sind die türsteuerung wird auch nicht ich weiß wie wir rauskommen ist das sicherheitssystem ist wieder aktiv ich werde das energie modul der sendeanlage holen jeder mal zurück mann verloren ziel angreifen verstand rücker position vor auf die versterkung auf angriff rücker vor ziel angreifen rücker 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 Wo kommst du Arsch? Du musst jetzt auch noch plündern, oder? Wenn du das hast... Äh, bleib hier nicht hängen! Ja, du brauchst schon ein Vorgehen, wenn du meinst du kennst den Weg. Also gut, dann los! Nimm was du brauchst! Gib mir Deckung im Innenhof! Vollstrecker kommen durch den Innenhof! Eintritt! Nimm das! Ja, das ist gut, die Leise! Das ist gut, die Leise. Was ist so gut? Was ist das? Was ist das? Na, wo ist das? Was ist das? Ja, da. Ich bin ein Schiff. Ein Eischenfall. Was soll man da? Ich bin ein Schiff. Wo ist er hin? Da! Ja, ja doch! Der nimmt doch ein Bein, wenn ich den Kopf eingeben in die Tafel. Das ruft da immer, die hauen ja schon. Hightech-Ausrüstung aber überhaupt nicht klar damit. So, dann gucken wir mal hier nochmal, bevor... Ja, ja, ja. Das ist er nicht. Hier unten auch nicht. Äh, wo bist du denn? Das ist bestimmt doch Sackgarten, wir müssen bestimmt hier oben weiter. Dichtete heißt hier, wo ist er hin? Energieversorgung ist gedöns. Ah, hier, ne, da hinten steht's ja. Dann sollten wir das werfen. Damm-da-damm-da-damm, kann ich von hier... Ja, sieht gut aus. Könnte was werden. Auch, das ist ja, ne, du nicht. Warte, ne, du nicht. Wo sind die? So, die Tür sollten wir auf den Hauch gehen. Gut geschossen. Gib mir Deckung, ich mach das. Wir haben Gesellschaft. Wir haben dich. Wir haben dich. Wir haben dich. Wir haben dich. Was ist jetzt so blöd? Hat das jetzt so doof, seid ihr da? Ähm, hm 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 hm, wo sind sie denn da? Zuteilen... Ausreden... Guck gern. Alter, hat er die echt? Oh, was war denn, Alter? Wiss, wiss, wiss. Guck, den wollte ich zwar gerade dann, oder? Oh Gott, woher willst du denn hin? Der geht mir echt voll auf den Nuss, der Bringer hier. Der Schild muss aber auch da sein von ihm. Oh je, knall immer noch daneben. Ich stelle mich ja wieder an. So, ihm gehts gut, okay. Da war ich bloß überhitzt, das Ding. Cool, cool, cool. Es scheint keiner mehr zu kommen. Wie weit bist du? Okay, ich habe das Modul überlastet. Entdeckung! Was für ein Modul... Aua! Bleibt hier nicht hin. Hier lang! Ja, das wäre schon klar. Major, Marshal, was auch immer. Ich kann die Steuertafel überbrücken und dann kommen wir hier raus. Moment, ich probiere mal was. Verdammt, sie ist kaputt. Elektriker ist er nicht. Du musst einen anderen Weg finden. Geh zu Elisabeth. Dort treffen wir uns. Mhm, mhm, mhm. Fühl dich hinter der Wand. Fühl dich hinter der Wand! Fühl dich hinter der Wand! So viel Zeit muss sein. achten wir schon fast gedacht hat da kommen wir denn hin wir sind ja so gut wie draußen schon naja das war ja noch nicht so so schwierig aber obwohl wie gesagt apropos schwierig schwierigkeitsgrad hat ihn nicht so hoch machen wir hier also schon noch gegen mir hier 84 schossen kennen wir zu reichen müssen diese tür sogar offen hier raus hier so dann wollen wir mal nach Hause hier wild spring auf meine oma mark ja 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 kuroscherweise wenn nur beim auto ist halt so mit diesen soundbugs Ich weiß nicht, was ich war da. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Leider wird wohl die Reparatur gerade zu wettmachen, haha. Ja, scheint ein bisschen was abgekriegt zu haben, die Aufhängung. Aber bis jetzt war es ja nicht so teuer. Ich denke mal, wir haben auch relativ gut Zeug gesammelt. Uh, das schreckt mich da nicht so. Ja, gut wie da. Mein Quad hängt immer da oben noch fest. Das werden wir wohl nicht wiederkriegen. Oh, 23 Prozent. Reparieren. Jawoll, machen wir das glatt. Alles andere ist Kills 41, Klasse 2. Okay. Äh, wo ist es drin? Was ist los, Mick? Guckst du denn so grimmig? Sonst immer da Anspruch drauf. So, die war in der Kneipe hinten im Grunde, glaube ich. Oh, das. Echt? Dieses Ding, der ist gerade angekommen. Verbreitet nur Mist und Propaganda. Dieses Ding. Ach das. Okay. Nicht schlecht. Ich hab mir gedacht, ich hab mir jetzt vertan. Sehr gut. Das macht die Straßen sicherer. Genau. Hier der versprochene Lohn. Hm. What? Nicht da? Ja. Ich hab mir gedacht, ich hab mir jetzt vertan. Ich hab mir jetzt vertan. Und die Sammelkarten nehmen wir nochmal mit. Neues Object. Aber dann müssen wir schon wieder Fire abmachen. Diesmal pünktlich. Dann schauen wir mal in der nächsten Folge, was hier der Widerstand so weiter noch mit uns vorhat. Bis dahin. Haut rein.